hallo freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von world of tanks blitz heute ohne telefonieren aber dafür mit dem hardy der wird auch nachher noch mit mir aufnehmen wenn er meint dass es klappt ja freunde kurze zehnminütige folge bis um 35 werde ich jetzt aufnehmen weil ich werde dann bis um 12 also um 24 uhr mit hardy telefonieren im zug machen da wird jetzt auch noch aufnehmen wir werden jetzt drei erfahren einfach ganz spontan keine lust jetzt irgendwas zu planen oder so wird auch mit der grafik nicht mehr kann weil das einfach ganz spontan ich muss mal wieder ein video hochladen morgen wird keins kommen da er nicht wollte er hat auch wollte tings aber auch alle 11 da kommt und deswegen werde ich morgen keine folge rausbringen also nicht wundern dass keine folge kommt ich hoffe ihr seid mir deswegen jetzt nicht böse auf mich hoffentlich aber wir werden ein kleines kurzen zug mit dem pampon machen also im bau ist einnehmen ist renny der freunde world of tanks gefällt mir persönlich sehr gut habe ich habe schon mal gesagt was macht denn der jetzt alles klar denke ich mir schon manchmal so und dann raffe ich dass der hardy top tier ist hardy 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 ich spreche die ganze zeit haben dies namen auf englisch aus richtig lustig um die ganz gute fernfolge gehabt und ob es irgendwas zu planen wir haben es schon zu spät ist nicht hatte ich schon einen langen tag ich werde heute auch nur bis nulle machen aber das hat spirituelle gründe ich habe einfach keinen bock freunde ich sag's euch wie es ist ich lüge euch nicht an es ist einfach so ich habe keinen bock also ich habe bock auf euch also aufzunehmen für euch und ich habe keinen bock mehr ich habe einfach nur noch lust mit hardy einfach ganz gechillten abend zu zu drehen ohne viel aufwand aber da ihr erwartet kann ich auch nicht warten lassen einfach nein nein ich nehme für euch gerne eine folge auf auch wenn heute mittwoch ist und ich heute einen sehr sehr anstrengenden tag in der mir das ist klar von diesem tod von einem zwei bei einem einstufigen schlechten panzer draußen genau jetzt nimmst du ihn raus alles klar und es ist noch einen anderen schaffst du dann bist du gut und nimm ihn raus achten jetzt haben wir dann doch mit ramin doch einfach ramin doch alles klar ich verstehe ich wie man sowas machen kann ihr freund auf jeden fall ich laber heute nicht so lange ihr seht ich mache mit tun also ich schreibe mir noch nicht in die kommentare wie es findet dass ich mit ton mache schreibt mir doch mal bitte die kommentare der freunde was gibt es zum plan zu sagen es ist noch ein einziger plan platz frei ich kann es euch gerade mal zeigen plans ein einziger ist noch frei freunde im intro habt ihr gesehen ihr könnt vorbeischauen alles kein problem schaut einfach vorbei auch ein platz ist frei sichert ihn euch ich werde jetzt nichts verlosen ich werde auch nicht irgendwas irgendwas hier so von wegen hier verlosen oder halt reservieren werde ich auch nicht einfach der zuerst kommt der mal zuerst und ich kann auch nichts dafür wenn jetzt ein anderer kommt weil dieser kleine so populär sind bei 47 leuten bin ich reingekommen freunde also nicht wundern wenn der platz schon weg ist wenn ihr rein wollt also behaltet euch einfach die freunde noch zwei gesächte werden es ist die folge vor zehn minuten lang ich nehme nicht länger auf weil ich wollte ich habe schon mal gesagt habe ich werde es euch nochmal zu klicken das ist ein bisschen weil ich bin einfach müde und ich werde halt momentan zu machen weil es halt lustig ist mit dem zug zu machen freunde bei in der letzten folge wo ich aufnehmen wollte da hat ein ein indien Panzerhalt hat so rumgedanzt und er hat so gefragt ja ältere Lieder oder was der freunde also das hat auf jeden fall ein paar daumen hoch die story ein paar daumen hoch verdient ja freunde was soll ich sagen wir starten uns nicht der kompatre nach und justin du stinkst ihr kennt das war nicht aber justin wenn du die folge anguckst du stinkst ja oh mein gott what alter ja man wir sind auf der richtigen seite du musst unbedingt mitkommen bitte alter wenn ich das schaffe ich werde es so hart feiern wenn ich das schaffe und zwar werden wir jetzt versuchen freunde da hoch zu kommen so klappt das nicht aha doch es klappt doch komm bitte bitte Gott komm schon komm wir schaffen das komm schon komm schon komm schon Wir sehen uns, weiter zu fangen. Wir sind wirklich zu fangen. Wir sehen uns, weiter zu fangen. Wir ziehen uns! Der Räservor des Centen ist atteint. Ich habe keinen Experteur. Wir teilen uns das. Wir haben uns geflogen. Wir ziehen uns! Okay, Freunde, ich bin tot. Leider haben wir es nicht geschafft. Ach man, das ist so blöd. Die Aufnahme lenkt mich immer so ab. Und dann kommt man schon mal auf die richtige Seite mit einem BD7. Ich hasse es richtig. Normalerweise schafft man das. Ach man. Ja, Freunde, ich gehe mal in die Garage für euch und zeige mit einem Tiger-Bild. Zeige ich euch. Ja, Freunde, ihr könnt immer noch in den Clan kommen. Alles kein Ding. So, Freunde, mit dem Bild des Tigers werde ich mich von euch verabschieden. Bis zur nächsten Folge von World of Tanks Blitz. Danke fürs Zuschauen. Auf eure Pause. Euer René.